Heute sind wir bei mir in der Küche, heute Mittag Knödel mit Gulasch geben, das Nödelwasser war nicht schon Aber zuerst muss man die Knödel natürlich auch mal rollen, das möchte ich euch einfach mal zeigen Einfach mal zeigen wie man ein paar Knödelholtz hat Ja, das Knödelrollen, das lernt man als Metzger natürlich ohne Probleme So ein bisschen Knödelteig, weil ein bisschen Knödel ist natürlich auch gleich gerollt Man muss halt immer aufpassen, dass man nicht die Knödel zu groß macht Das Beste ist ja, wenn die Knödel gerollt sind und gekocht sind, der Tag danach die Knödel nehmen Und in Scheiben schneiden und braten Macht natürlich am meisten Spaß dann am nächsten Tag Wie ihr seht hier hinten auf dem Teller Paprika und Zwiebeln Da ist das Gulaschfleisch Da ist das Und hier die Zwiebeln Ah, ich denke mal das wird ein schönes Gulasch Heute Ah, der kleine Rippen Der Rest Ja Jetzt machen wir den Rest leer Das sind sechs Stück Ja Fertig Sind die Knödel Ja 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 Ja